Hallo und willkommen zurück zum Anno 2205 Let's Play mit Ihrem Kelder. Ich habe, wie ihr seht, ein klein bisschen gewartet. Das waren jetzt 3 Stunden, 3-4 Stunden, glaube ich, so in etwa bei dieser wunderschönen Kreditbilanz plus 2000. Und ich habe ein klein bisschen vorgearbeitet, in der Form, dass wir hier eine Luxuskostmanufaktur haben. Die betreibe ich jetzt wie folgt. Als Datensammler brauchen Sie mich für einen Statusbericht. Nee, gerade nicht, Adam. Wir haben den Feldüberschuss. Also zweimal quasi plus 10% erhöhte Produktivität in Landwirtschaftsanlagen. Das ist sehr gut und für mich persönlich Luxuskostmanufakturen verwenden Reis statt Rindfleisch. Das habe ich ja in der letzten Folge schon einmal gesagt. Uns fällt quasi ein kompletter Produktionszweig weg, beziehungsweise zwei, die Sojabohnen und natürlich die Rindfleischproduktion an sich, was uns extrem viel Platz und Geld einspart. Somit kaufe ich den Wein ein. Seid damit aber vorsichtig. Ich habe gestern angefangen, den Wein einzukaufen bei einem Preis von 7 Credits pro Stück und bin mittlerweile bei 20 Credits pro Stück. Also es geht sehr schnell hoch. Also eventuell müsst ihr dann irgendwann eure Bilanz anderweitig ausbauen oder eben das Ganze kurz aussetzen, damit der Preis wieder runtergehen kann. Denn das kann euch letzten Endes auch die Bilanz verhageln. So, wir haben den globalen Raumhafen in den Startlöchern. Und hier habe ich auch ein bisschen was gemacht. Die Tragenlegungsstelle, beziehungsweise Tragenlegungspumpe. Müsste eigentlich auch bald fertig sein. Ja, nee, aber ich würde sagen, bauen wir jetzt erst einmal den Raumhafen aus, damit wir die neue Stufe haben. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ein historischer Moment. Die ganze Welt schaut zu ihnen auf. Phase 3 hat begonnen. Die zweite Welle ist auf dem Weg zum Mond. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Aber es liegen immer noch 250.000 Meilen vor ihnen. Ihre Kolonisten erwarten ihre Befehle. Bevor wir das machen, brauchen wir am besten eine plus 10.000 Bilanz. Der Mond ist extrem teuer. Seid gewarnt, wenn ihr da hochgeht und baut. Es wird euch wahrscheinlich nicht nur euer Leben, sondern auch noch eure Seele kosten. Weil es einfach so schweineteuer ist. So, dann gucken wir aber mal, wie wir das hier am dümmsten hinbekommen. Ah ja. Dass wir da noch ein bisschen was dazu kriegen. Können wir denn... Da müssen wir so oder so darunter bauen. Machen wir es so. Haben wir noch alles. Eine Suppi. Und dann... Dann, 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 ja. Was machen wir denn dann? Das mit der Energiebilanz können wir hier erstmal klicken. Wir gehen wieder in die Tundra. Genau. Wir hatten ja letztes Mal in der Tundra angefangen. Ich wette, dass gleich wieder Drake vorbeikommt und sagt, wir nehmen deine Stadt in Gefangenschaft. Oder wir klauen dir deine Vorräte. Oder wir tanzen Samba mit deiner toten Oma oder so ein Mist. Aber... Trockenlegungsgedünse ist fertig. Das Trockenlegungsgedünse braucht noch eine Weile. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Ja gut, ja. Das dauert halt eben etwas. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Werben Sie... Shuttle kommt planmäßig an. Ah, sehr gut. Werben Sie Leute an. Produzieren Sie Smart Drohnen. Bauen Sie Gemeindezentrum. Gemeindezentrum. Kann ich noch nie bauen. Warnung. Energiemangel. Ach nee, echt jetzt? Smart Drohnen könnten wir herstellen. Aber... Der ist auch fertig. Endlich. Diese Pumpen waren kein schöner Anblick. Ah. Sehr schön. So. Somit schalten wir uns eben immer mehr... Raum frei. Beziehungsweise in dem Fall auch... Immer mehr Bergbauplätze. Wenn wir nur gerade Baukosten... Credits 1000... Das sollte eigentlich hinhauen. Das Problem dabei ist... Ich befürchte, dass ich nicht genug Credits habe. 600. Um das Ganze zu unterhalten. 600. Und das Ding... 900. Dann habe ich nur noch 1000 plus. Draußen ist es kalt, oder? Kommen Sie herein. Ja, so viel geben die ja auch wieder nicht. Aber... Wie soll ich es machen? Bin gerade ein bisschen unschlüssig. So. Wie bringen wir den da rein? Nimm, 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 nimm. Wie machen wir das? Habe ich jetzt so? Quatsch. Warte mal. Das machen wir so. Dann kommen da zwei. Dann war es das. So, das lassen wir mal. Ähm... Dum, 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 dum. Schalten wir den mal ab. Rumpf rumlaufen ist lustig, aber... Irgendwann reicht's. Ist das so? Ich brauche aber erstmal für was anderes die... Energie... Und dann Muffelkupfe. Dum, 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 dum. Minus sieben, minus eins. So, minus eins. Was sagt denn? Plus eins. Plus drei. Der ist ja angenehm kompakt. Plus fünf. Also so ein bisschen Überschuss wäre ja nicht schlecht. Dann können wir bei Zeiten... Dann reicht das Kobalt nicht. 1.300. Ist ja wundervoll. Plus zwei. Das ist angenehm. Dann könnte ich den über... Ne, das kostet 250. Das ist das erste Mal. Sollten wir das sein lassen. Und so... Ich weiß nicht, ob ich's letztes Mal gesagt hab. Warum hab ich das hier so komisch hingestellt? All dieweil, sagt man bei uns... Dem Raumhafen. Dem, die das Raumhafen. Und wir brauchen ja Ingenieure... Oder Physiker. Physiker? Physiker, genau. Auf der Raumbasis. Allerdings möchte ich mir meine Bilanz nicht noch mehr zerhageln. Also dann lass ich das erst mal so stehen. Und bauen dann... Wie breit sind die denn? Würde der... Oh, der würde sogar passen. Guck an. Plus acht. Plus eins. Das war jetzt Schwachsinn. Da hab ich wieder nicht aufgepasst. Genau das ist... Das ist der Punkt. Passt mal einmal nicht auf. Das würde ich aber gerade irgendwie überlegen. Ob man da nicht vielleicht doch irgendwas machen kann. Bezug nehmend auf. Wer hat was von Entbehrung? Dem Personal geht's gut. Die Symptome wurden nur bei Tieren beobachtet. Aber... Ich behalte alles im Auge. Es könnte sich jederzeit ändern. Das Team konnte erste Proben aus dem Tresor bergen, aber bislang kein Virus finden oder meine Theorie beweisen. Ich brauche eine zweite Meinung zu diesen Tests. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen. Weitere Investitionen in Forschung möglich. Ich frage mich gerade, warum das Ding jetzt auf einmal so viel Energie braucht. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Naja, ist gut. Klar, die Schluss. Das ist ein bisschen... Ein bisschen bla. Und ich freue mich so, wenn wir den... Strom vom Mond auf die Erde transferieren können. Dann kann ich den ganzen Mist hier abreißen. Oh. Aber das kostet. Und nicht nur Nerven, sondern auch Geld. Tausend Feldforscher. Okay. Jetzt haben wir 109. 19. Oh. Schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Die geben 38. Acht Leute geben 12 Arbeitskraft. Zehn Leute geben 16 Arbeitskraft. Es ist geistige Arbeit, aber trotzdem harte Arbeit. 16 Leute geben 10 Arbeitskraft. Na, guck an. Jetzt verstehe ich das, glaube ich. Je höher sie im... Also wenn das jetzt wirklich... Wenn ich das jetzt endlich richtig verstanden habe, ist es so... Je höher sie aufsteigen, desto weniger arbeiten sie. Also wie im echten Leben. Aha. Aber davon mal abgesehen. Ähm. Die Stadt, die Gemeinschaft. Ist das natürlich jetzt wirklich eine Überlegung? Dass man... Das ist... Das ist gar nicht so schlecht. Also so rückblickend gewirkt. Weil je höher man in der Unternehmenshierarchie kommt, desto mehr... hat man ja eigentlich nur administrativen Tätigkeiten. Parameter werden erneuert. Und da wieder ein bisschen mehr. Wie sieht's mit... Den... Den... Vitamin Drinks haben wir noch genug. Haben wir noch Moos? Ja, Moos haben wir noch. Aber wir haben keine Weltmarkt... Draußen ist es kalt. Handelshoden frei, oder? Haben wir noch Handelshoden? Nee, haben wir nicht. Weltmarktlimit erreicht. Da müssen wir... Das ist mit... Bei der Madrigal-Insel. Müssen wir da den Sektor-Projekt... Den Sektor-Projekt weitermachen? Aber ich befürchte, soviel Geld hab ich nicht. 1063. Okay. Warum auch immer das steigt, find ich gut. Hab ich hier unten los. Aber den hatte ich noch. Genau. So, dann kann ich hier einen... Was brauchen wir denn hier überhaupt? 1000. Energiebilanz. Okay. Oh, das ist im Zweifel. Auch nur kurzfristig. Ähm, ähm. Der Kreditwart. Wie viel Energie haben wir? 2000 Energie. Das reicht doch erstmal. Hoffe ich. So. Dann warten wir die 5 Minuten, weil eine zusätzliche Handelsrude für den Weltmarkt wäre nicht schlecht. Wir haben ja so viel Überschuss an Vitamin Drinks. Noch. Erstmal. Das dürfte zwar da nicht viel sein, aber vielleicht ein Tausender in der Bilanz. Und sowas schadet ja eher selten. Wenn ihr einen Engpass habt, ihr könnt bei diesen Anfragen auch immer wieder etwas verkaufen. Was eine ziemlich angenehme Kiste ist. Aha. Wer hat das Easter Egg mitbekommen? Wer ist alt genug dafür? Gehen wir mal ganz kurz noch in die Arktis verkaufen. Die Tundra hat sowas nicht, was ich ziemlich schade finde. Denn vor allem da hat man unter Umständen einen ziemlichen Überschuss. Oder produziert man einen Überschuss. Warum kommst du nicht rein und taust erst mal auf? Habe ich da eine Überproduktion? Habe ich eine Überproduktion? Das wäre dann abgemacht. So. Verkaufen wir. 1,1 Millionen. Das reicht erst mal. Gut gemacht, aber ich habe hier noch was anderes, das erledigt werden muss. Das wundert mich jetzt nicht. Das ist die... Da ist mein Schiff. Sorgen Sie dafür, dass alles, was auf dieser Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Oh ja. Oh, das hat ja... Das hat 200.000 gekostet. Sind unterwegs. Achso. Warte mal. Wo muss ich das jetzt abholen? Wie bei ihm. Volle Kraft voraus. Ach. Schiff am Kommandoschiff befestigen. Wo soll das denn sein? Was ist das doch das hier? Wieso sind denn hier die Orbital Watch? Was ist das denn? Objekt im Gange. Das hast du gut gemacht. Wie wäre es gleich mit noch einem Job? 20 Grafen. 20 Grafen. Und Traum. Wie wäre es denn so? Welcher ist das? Schritt 7 von 7. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt sogar die. Schappe kommt platt. Geringe Projektauslastung. 52, ich brauche aber 70 oder 75. 75 brauche ich. Volle Kraft voraus. So viel, also sowas finde ich immer ein bisschen arschig. Also, mein Grafen sind relativ wertvoll. Sie sehen gerade, 196, 247 habe ich nur noch. Ich müsste eigentlich mal ein paar Krisensektoren machen. Sehr schön. Aber denk daran, kein Wort zu irgendjemandem. Das hört sich gut an. Kampfstationen einnehmen. Alle Zugänge blockieren. Niemand darf entkommen. Hab ich nicht gesagt, was der bald wieder... Drei Eradicator-Schiffe. Bist du des Wahnsinns. Boah. Was ist das jetzt? Da fängt alle eingehende und ausgehende Waren ab. Ja, das ist... Und für eine Stunde. Also, wenn ihr nicht zufälligerweise einen sehr großen Puffer habt an Geld. So war das bei mir nämlich vorhin. Dann... Könnt ihr schon mal Tschüss sagen. Wir werden angegriffen. Man kann auch gerne angreifen hier, Schiffe. Ich glaube, dann gehen wir. Aber das wäre ja mit Arbeit verbunden, ne? Das ist das Witzige. Die fahren halt einfach durch. Wow. Da ist mal einer stehen geblieben. Das ist der Wahnsinn. Wir werden angegriffen. Feind entdeckt. Alle... Selbstreparatur. Neu. Sind unterwegs. Ach, und achtet übrigens drauf, wenn ihr zufälligerweise eine Unterstützungsflotte und einen Atomschlag habt. Der Atomschlag unterstützt auch eure Unterstützungsflotte beim Untergehen. Im Gange. Starte, Nuklearraketen. Grünes Licht. Feind entdeckt. Energieschilde aktiv. Wird nicht. Selbstreparatur, läuft. aber mit upgraden schiffen ist das alles gar kein thema das erste mal oder die ersten kämpfe sind wahrscheinlich ziemlich böse ich vermute einfach mal dass es deswegen weil die schwierigkeit und b die ganzen schiffe auch schon für zwei schutz sind also quasi der normal oder veteranen dementsprechend machen sie ein bisschen mehr schaden starte nuklearraketen bewegung registrieren es gibt im übrigen auch einen erfolg wenn ihr diese eradicator schiffe platt macht wie viel weiß ich jetzt nicht ich finde das schlimm dass das jetzt immer weiter geht 5 7 9 ich habe gerade ein bisschen angst dass ich danach immer noch in einer niedrigen bilanz und wieso habe ich jetzt arbeitskraft verloren was soll das ziehen die jetzt alle aus oder bereit bereit für einsatz wie brauche ich denn noch 14 von 19 schiffen günstiger hier bereit für einsatz ich dieses wort haste menschliche ressourcen bestätigt ich würde mich nicht so sicher fühlen reparatur drohnen gestartet es geht wieder hoch im gange war das jetzt das sektor oder kommt da noch was morgen sieht es auch nicht gerade gut reichen sie für im stufe 50 naja gut aber jetzt haben wir ja den haben wir den ja 12.3 neuer transferroute 59 es gibt uns plus 1000 billig einkaufen und teuer verkaufen das ist die erfolgsformel neuer transferroute aktiv ich habe die rote geprüft die lieferungen sollten bald eintreten dass diese ruten aktiv sind die wahren gehen raus also von den plus 1000 sich gerade da oben in der bilanz aber wenig bis gar nichts na gut willkommen in nix haus der unglaublich begehrenswerten güter cool kann ich das verkaufen habe ich dann habe ich nick erkennt ein gutes geschäft wenn er eins sieht dann haben wir die 24 minuten schon voll dann würde ich sagen machen wir hier wieder einen cut und sehen uns das nächste mal wieder ich bedanke mich fürs zuschauen lasst ein like da wenn es euch gefallen hat konstruktive kritik immer unten in die kommentare falls ihr ideen habt was ich verbessern kann oder wie ich besser an geld komme und wir sehen uns dann gleich wieder und schalten zumindest mal den mond frei bis zum nächsten mal haut rein ciao 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 ciao